Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir Pyronik. Heute im Test die Scala S25B von Funke Fireworks. Dabei handelt es sich um eine Batterie mit insgesamt 25 Schuss und ich hoffe man erkennt es. Genau, 25 Schuss und 20 mm Kaliber und eine NEM insgesamt von 200 Gramm. Ja, ich bin mal gespannt wie die sich so macht und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Test. Schuss! Untertitelung des ZDF, 2020